Ceron ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Kronos und der Philyra, Halbbruder des Seus und einer der Kentaurin. Er gleicht körperlich diesen wilden Tiermenschen, die von Ixion abstammen, er selbst ist jedoch anderen Ursprungs. Um nicht von seiner Gattin Elhaia entdeckt zu werden, soll Kronos ihn in der Gestalt eines Pferdes mit Philyra gezeugt haben. Bereits in der Elias wird er seinem Wesen nach hoch über die übrigen Kentaurin gestellt. Er gilt als Weise und als der Gerechteste unter den Kentaurin. Er ist ein Freund der Götter, Erzieher der Heröngäisen, Aktein, Aristais, Achilleus, Kephalus, Maelanion, Nestor, Amphiaraos, Peluis, Telemen, Melikros, Theseus, Hippolytos, Palamedes, Menestheus, Odysseus, Diomedes, Castor, Polydeukes, Machaon, Podalerios, Antilochos und Aeneas. Er besitzt Kenntnisse in der Arzneikunde und übernimmt die Ausbildung des Asklepios zum Arzt. Ceron hauste in einer Höhle am Fuße des Berges Pelion in Thessalien und war mit der Neiade Chariklo verheiratet. Sie hatten eine Kentaurin-Tochter mit Namen Ukerö. Während der vierten Aufgabe des Herakles gewährte der Kentauer Phallos Herakles Gastrecht, geriet dann aber mit anderen Kentaurin in Streit, die dagegen waren, dass Phallos einen Krug Wein ausschenkte, der von Dionysus gestiftet war und der allen Kentaurin zugedacht war. Bei der anschließenden Verfolgung der Kentaurin durch Herakles wird Ceron entweder aus eigener Unachtsamkeit oder durch ein Versehen des Herakles von einem mit dem Blut der Hydra vergifteten Pfeil am Knie getroffen. Weil er durch die Wunde unsägliche Qualen erdulden muss, entsagt der Zentaur seiner Unsterblichkeit zugunsten des Prometheus. Denn nach Zeus' Willen sollte Prometheus erst wieder frei sein, wenn ein Unsterblicher sein Leben für ihn gelassen hat. Nach seinem Ableben setzt Zeus' Chiron als Sternbildzentaur an den nächtlichen Himmel.